Aber tatsächlich, das meiste Geld geht auf Immobilien, die ich kaufe. Dadurch, dass in meiner Familie nie jemand so quasi das nötige Kleingeld übrig hatte, sich mal eine Immobilie zu kaufen, war ich eigentlich so mit die Erste, die dann gesagt hat, okay, ich mach's jetzt einfach. War dann beim Notar und ich hatte keine Ahnung, was man beim Notar macht. Saß da einfach und der hat mir den Kaufvertrag vorgelegt. Und ich stand zehn Minuten, hab ich den einfach nur angeschaut. Was erzählt der mir da? Und der so, können Sie mal bitte mitlesen? Und ich so, wie, wir starten schon? Und dann mussten wir nochmal von neu anfangen. Baby Got Business. Dein Kompass im Social Media Kosmos und der Creator Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz. Sandra, besser bekannt als Selfie-Sandra, ist nicht unbedingt das, was sich Leute unter einer klassischen Influencerin vorstellen. Im Internet kommt sie oft so rüber, als ob ihr alles scheißegal ist, ist der selbstironischste Mensch, den man so auf Social Media verfolgen kann und ist wahrscheinlich nicht die erste Person, bei der man sich unbedingt Finanztipps abholen würde. Siehe ihr TikTok. Das hier ist übrigens ein Videopodcast und ich würde behaupten, heute lohnt es sich ganz besonders, das Handy auch mal beim Hören ab und zu zusätzlich in die Hand zu nehmen. Bekannt geworden ist Sandra, die ist übrigens 24, praktisch über Nacht durch den Podcast dick und doof mit ihrem Freund Leysanuka, der bis dato bereits erfolgreicher YouTuber war. Aber eben auch Sandras bester Freund seit dem Kindergarten. So ungleich die beiden sind, so unterhaltsam und random ist es, ihnen bei Storys aus ihrem Leben zuzuhören. Vor allem haben die beiden das Teasern ihres Podcasts auf TikTok komplett verstanden. Ich wollte Sandra auch mal aus einer anderen Perspektive darstellen und interviewen. Deswegen bekommt ihr gleich nicht nur ganz viel Humor und Unterhaltung, sondern eben doch den ein oder anderen Finanz- und Immobilientipp. Ohne Witz. Okay, wir fangen erstmal ganz low an. Seit wann bist du sozusagen im Internet tätig? Seit Anfang des Podcasts. Corona. Also ich, ja genau, ich bin mit dem, also durch den Podcast bekannt geworden. Ja. Eigentlich, ich glaube, das ist jetzt viereinhalb Jahre her. Und seit wann kannst du davon leben? Kannst du davon leben? Ja, ein halbes Jahr später. Wow. Haben Luca und ich quasi den ersten Podcast-League gehabt mit Spotify. Ja. Und ich habe damals noch meine Ausbildung gemacht als Bürokauffrau. Und ich stand also quasi eh schon so kurz vor der Kippe, weil ich halt ultra schlecht war. Und dann meinte Luca, ey, komm, lass uns das versuchen. Wir bauen einen YouTube-Kanal zusammen auf. Du nennst dich um. Selfie, Sandra. Weil ich immer so viele Selfies so an jeden schicke. Und, äh, ja, dann habe ich gekündigt. Und dann, ähm, war es mein Job. Und wieso habt ihr euch schon einen Podcast entschieden? Also du hast ja davor noch nie mit Podcast Berührung, bist ja nie in Berührung gekommen, oder? Nee. Also es war so, dass Luca mich richtig random in eine Sprachnachricht geschickt hat. Ich glaube, ich war schon in so ein, zwei YouTube-Videos dabei. Der hat mir eine Sprachnachricht geschickt und meinte, äh, hast du Lust, einen Podcast zu starten? Ich so, was ist ein Podcast? Ich kannte das gar nicht, ne? Also auch meine ganzen Freunde, ich habe jeden gefragt, keiner kannte einen Podcast. Und, äh, da meinte er, man sieht dich nicht, weil am Anfang war es mir ein bisschen, nicht unangenehm, aber es war ein bisschen komisch, mich im Internet selber zu sehen. Vor allem auch in YouTube-Videos und so, ne? Und, ähm, dann meinte er, man sieht dich nicht, es ist quasi nur die Stimme. Da hat er dich aber verarscht. Ja. Weil jetzt sieht man dich ganz schön viel. Und dann meinte ich so, okay, lass uns das machen. Und dann waren wir feiern und, äh, wir haben einen Namen gesucht. Und dann meinten wir, dick und doof. Passt, perfekt. Ja. Die Frage ist, wer ist dick und wer ist doof, ne? Ich bin beides. Mittlerweile bin ich beides. Ähm, wie sah dein Leben denn vor dem Podcast aus? Also, richtig, also, richtig normal. Also, es sieht, und das denkt man nicht, mein Leben ist momentan eigentlich auch ultra normal. Ja? Ja. Also, ich bin eigentlich zur Schule gegangen, hab irgendwie versucht, mein Abitur hinzubekommen, war aber eigentlich nur stolz, dass ich dieses Ding überhaupt in der Hand halte. So, die, äh, Abiturprüfung, Abi nicht bestanden leider. Und, ähm, dann Ausbildung und, so, 08, nennt man das 0815-Job? Ja. Ja. Der Witz ist, dass, ähm, die, der Podcast-Gast vor dir, Lisa Marie Schiffner, die hat ein Jahr vor ihrem Schulabschluss abgebrochen und ist dann Vollzeit ins Creator-Dasein reingedippt. Ähm, fand ich auch eine krasse Entscheidung, ja, zu sagen, okay, nicht, dass sie es nicht bestanden hätte, sondern sie hat einfach gesagt, okay, so ganz kurz vorm Ende gequittet und, ähm, alles auf eine Karte gesetzt. Ist für sie aufgegangen halt, ne? Ja, meine Mutter hätte mir das niemals erlaubt. Niemals. Ja, die Eltern von ihr sind ja auch selber Creator jetzt. Ach so. Ja, das ist dann noch heftiger. Meine Mom hätte mir das niemals erlaubt. Nee, meine auch nicht. Nee, Ben nicht, weil, äh, meine Mom, die ist so Russian erzogen und so russische Frauen sind meistens so, so einfach so richtig straight. Weißt du, was ich meine? Die sind so, um 17 Uhr muss das Essen auf dem Tisch stehen, also noch richtig in der alten Rolle, ne? Ja, ja. Und meiner Mom erst mal zu erklären, was ich im Internet mache, ihr war es am Anfang auch übelst peinlich, dass ich da geraucht hab und gesoffen hab. Ist sie drauf angesprochen worden? Äh, nee. Gar nicht. Dann guckt die Zielgruppe auch keine, oder hört auch keine Podcasts oder schockt keinen. Ja, also mittlerweile wissen die Arbeitskollegen das und, äh, feiern das auch, weil die Kinder das immer alle gucken und, also deswegen ist die halt auch ultra stolz und sie war jetzt das erste Mal, ähm, auch auf der Tour dabei. Luca und ich hatten ja eine Tour zusammen und da war die so, boah, krass, heftig. So, man kann's ja gar nicht greifen in den Zahlen. Man sieht's ja gar nicht. Und dann war die so, ich hab Respekt, Sandra. Ich so, danke, Mama. Aber das war schön. Ähm, ich hab zum Einstieg nochmal so ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht, weil ich finde das immer, ähm, das macht einen Gast sehr greifbar, äh, und es ist sehr simpel und es bockt auch ein bisschen. Ähm, nie wieder TikTok oder nie wieder Insta? Ich glaube, nie wieder Instagram. Echt? Ja, ich, also ich als privater Nutzer, würde ich sagen, gucke, also schau viel mehr TikTok, viel mehr TikTok, weil ich TikTok viel interessanter finde, weil ich finde es geil, dass ich da ganz andere Personen sehe. Ich habe nämlich keinen Bock mehr und, äh, ich folge vielen Leuten, ich hab keinen Bock mehr auf die Gesichter, denen ich folge. Also, das ist übelst gemein, todesfrech, aber ich liebe es, keine Ahnung, so, einfach so frische, neue Leute zu sehen, die eine ganz andere Meinung haben auf TikTok. Das finde ich geil. Ja, ich hänge auch gerne auf TikTok ab. Ich auch. Das ist schon so. Nie wieder Vlogs oder nie wieder Podcasts? Nie wieder Vlogs. Also Podcasts ist, glaube ich, das, was ich mit Abstand am liebsten mache. Also vor Instagram, vor YouTube, vor TikTok, mit Abstand Podcast. Wann habt ihr angefangen, sozusagen zu Video zu switchen? Ich glaube, ähm, als Spotify direkt die Funktion freigeschaltet hat, dass man Video-Podcast, äh, hochleiten kann. Ich glaube, wir waren eine Woche später stattfam im Studio. Er war doch schon einer der Ersten, die das überhaupt gemacht haben. Auf jeden Fall, ja. Und es war dadurch, dass Luca und ich halt immer YouTube-Videos gedreht haben. Und, ähm, die YouTube-Videos sind ja auch irgendwie ein Teil Podcast, weil wir da auch so super viel Zwischenreden. Und, ähm, ich bin halt, ich gestikuliere total viel oder gucke Luca dumm an. Und das macht den Joke halt aus. Und den hast du im Nur-Ton, sieht man den halt nicht, ne? Ja, das stimmt. Es hat auf jeden Fall das Game nochmal abgesteppt. Auf jeden Fall, ja. Bier oder Wein? Bier, ganz klar. Welches? Äh, Kölsch. Auf jeden Fall. Bestes Kölsch. Also, bestes Bier. Schmeckt ganz, also, es ist nicht unangenehm. Ich mag Wein auch, aber ich kriege von Wein einen Kater. Boah. Ich hab ne Theorie dazu. Du musst dich für eins so ein bisschen immer Zeit-, Lebenszeitabschnitt mäßig entscheiden. Also, ich bin grad für Wein entschieden, ich trinke auch gern Bier. Aber ich kriege jetzt eher von Bier Kopfschmerzen. Ja, es ist ne Gewöhnungssache. Es ist Training, glaub ich. Die Sache, ich trinke alles. Ja. Ich trinke wirklich, also, stell mir egal welches Getränk, hier vor, ich trinke alles weg. Super schlau sein oder super lustig? Boah, super lustig. Jogginghose oder Cocktailkleid? Auf jeden Fall Jogginghose. Ich seh aus wie ne eingepresste Leberwurst in so Cocktailkleidern. Ja, aber manchmal, so auf Events, wenn ich dich sehe. Aber nie in Kleidern, eigentlich immer in so Hosen und dann vielleicht mal so ein schickeres Oberteil. Ja. Aber 100% Jogginghose. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ne Jeans anhatte. Echt? So ne richtige Jeans, ne? Keine Ahnung. Ich trag sowas aber auch nicht. Ich hab auch immer so bequeme Trumpfhosen und dann sowas drüber an. Ja, oder halt weite Hosen. Lieber einen geilen Charakter oder geil aussehen? Im Best Case natürlich beides. Ich glaub, einen geilen Charakter. Also wenn ich einen Partner hätte, sollte das Aussehen auf jeden Fall überwiegen, ganz ehrlich. Aber für mich persönlich, also für mich selber jetzt, einen besseren Charakter. Und Stadt oder Dorf? Dorf. Mittlerweile, ja. Wusstig. Mittlerweile Dorf. Was war in Köln? Du warst auch in Köln. Genau, ich hab drei Jahre lang in Köln gelebt, hatte die beste Zeit und bin quasi aus dem Dorf geflohen und hab mich total auf die Großstadt gefreut. Aber irgendwann war es mir ein bisschen zu bunt in der Großstadt. Es war, ich hab einfach gemerkt, dass man in Köln, wenn man Influencerin ist, anders behandelt wird. Und ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Moment, aber was meinst du? Schlechter oder besser? Besser. Oder sonder behandelt? Besser, genau, ja, besser. So nach dem Motto, man kommt direkt in Sixpack rein oder was meinst du? Ja, okay. Das erstmal und im Café Buhr, wenn der Besitzer mich gesehen hat, hat er mich natürlich direkt vorgerufen und mir ist das todespeinlich, weil ich mich selber als so normal sehe und mir ist das so unangenehm, aber du kannst dann natürlich auch nicht nein sein, weil ein paar haben natürlich ultra korrekt und nett ist und dir was Gutes damit tun will, aber dann siehst du Samstagmorgens diese Schlange und du gehst dran vorbei und die Hälfte der Leute kennt dich und du bist so, boah, ne, todespeinlich. Aber es ist so witzig, weil wir jetzt sagen, boah, ist schon krass schwer ins Café Buhr reinzukommen und es ist nur das Einzige, wo man in Köln in der Schlange warten muss. Nicht so ein cooler Club, weißt du, oder Bar oder fancy Restaurant, nee, Café Buhr. Also nichts gegen Café Buhr an der Stelle. Meckes oder Burger King? Meckes. Luca und ich versuchen uns gerade an so ein Jobprojekt und wir dürfen in zwei, drei Wochen das erste Mal bei McDonalds arbeiten. Auch ohne Kooperation, gar nicht, sondern dürfen einfach für ein YouTube-Video bei Meckes arbeiten. Oh mein Gott, wie witzig. Ich bin übelst gespannt, wie das wird, ja. Boah, das würde ich auch mal gerne machen. Ja, ich auch. Das ist richtig witzig. Lieber viel Geld oder viel Freizeit? Viel Geld. Korrekt. Ganz klar, ja. Viel Freizeit ist nice und es ist schön, aber mir wird teilweise langweilig mit zu viel Freizeit. Zum Beispiel über die Weihnachtstage saß ich da wirklich so drei Wochen, weil zum Beispiel Nina und Hammi, meine Manager quasi, die nehmen sich für die Zeit dann auch Ruhe und du sitzt dann da und bist dann so, okay, was passiert jetzt? So, weil ein gefühlter halt Instagram in der Zeit so runterfährt. Und für mich zum Beispiel YouTube, Instagram, Podcast, das ist für mich wirklich kein Beruf. Das ist für mich so ein Hobby, was ich so gerne mache und ich würde es am liebsten jeden Tag nochmal doppelt so viel machen, dass es für mich komisch ist, dann so im Dezember so viel Freizeit zu haben, Ende Dezember, Anfang Januar. Deswegen natürlich viel mehr Geld. Ja, Geld ist ja auch auf jeden Fall dieses Jahr so ein bisschen mein Fokus. Schön. Du bist ja nicht die typische Influencerin, sage ich mal. Was denkst du, was liebt deine Community an dir oder vielleicht auch an eurem Podcast? Ich glaube, ein großer Vorteil ist einfach, dass die Leute mich nicht dafür lieben, dass ich so einen besonderen Style habe oder besondere Haare, besonderes Aussehen, sondern die mögen mich wirklich für meinen Charakter. Und das ist irgendwie, das ist so schön, wenn Leute mir wirklich so, klar, unser Podcast ist immer total lustig und wir machen uns über alles lustig, aber wenn du dann wirklich Nachrichten bekommst, so von Leuten, die sagen, ich hatte jetzt wirklich ein halbes Jahr eine ganz schwierige Zeit und ihr habt mir da so rausgeholfen. Ihr wart so ein Zufluchtsort, wenn es mir richtig beschissen ging und ihr wart der einzige Grund, warum ich heute lachen durfte und so. Das ist halt ultra krass. Ja, aber jetzt hast du ja mal irgendwo erzählt, dass deine Community oder dass du für deine Community eigentlich genau andersrum ein Zufluchtsort häufig auch bist und eine Freundin. Wo ziehst du da die Grenzen? Wenn du als sehr normal empfunden wirst, identifizieren sich die Leute ja noch umso krasser mit dir im Regelfall. Wie kriegst du das für dich gerade, dass die eigentlich doch nicht alle deine Freunde sind? Also es fällt zum Beispiel auf, wenn ich zum Beispiel feiern bin und meine Community oder die Dekundorf-Community auch sehr gern feiern geht, na klar. Da merke ich es manchmal schon, weil dann wirst du so, dann ziehen die Leute dir an den Haaren, wenn die betrunken sind oder nehmen dich in den Arm, geben dir mal einen Kuss oder so und dann ist es so, oh mein Gott, what the fuck. Aber die Leute, das ist zum Beispiel auch, als wir auf Tour waren, die Leute haben die ganze Zeit reingekreischt, als ob es ein Einzelgespräch wäre, weil die Leute sich so verbunden mit dir gefühlt haben, als wären wir wirklich gute Freunde. Ich weiß gar nicht, wie ich es mache. Also ich lasse es wirklich, ich beschwere mich da nicht mal, gar nichts, sondern ich dulde das einfach. Ja, spannend. Ich habe immer das Gefühl, also ich bin mir jetzt in Vorbereitung auf heute Morgen, den ganzen Morgen nochmal die letzten 20 TikToks reingezogen. Ich habe geheult ohne Scheiß. Ich finde wirklich, ich habe es dir gerade schon gesagt, ich finde eigentlich nichts im Internet mehr witzig. Ich finde wirklich nur noch super schwierige Sachen, die keiner wissen darf, eigentlich witzig. Oder so halt Ebay-Kleinanzeigen-Dialoge oder lustige Schilder, den Insta-Account kann ich auch sehr empfehlen. Da sind auch manchmal freudige, schwierige Sachen dabei, aber ich finde es halt witzig. Aber ich habe heute wieder gebröhelt. Also ich kenne niemanden, der witziger ist einfach. Also muss ich echt ganz klar sein. Und schmerzbefreit. Ich bin halt dumm wie Scheiß. Also wirklich, und das ist so mein Allgemeinwissen, ist wirklich gleich null. Weil ich in der Schule, ich weiß gar nicht, was ich in der Schule gemacht habe. Ich habe mich eher, ich bin für die Lehrer hingekommen. Nicht für den Unterricht, weil ich mich so heftig gut mit den Lehrern verstanden habe. Also das war, ich habe meinen Lehrern einfach so mitten in der Stunde erzählt, wenn die so vorbeigegangen sind. Ich hatte ein Date, war unnormal scheiße. Susandra, können wir nach der Stunde besprechen und so. Also ich war wirklich so cool mit den Lehrern in der Schule. Dass ich so dem Unterricht überhaupt gar nicht mehr gefolgt bin. Und ich durfte eigentlich alles machen. Also ich habe den Unterricht ja teilweise schon ein bisschen gestört, klar. Aber ich durfte irgendwie alles machen. Das war ganz komisch. Und dadurch ist mein Lehrernstand auf fünfte Klasse gefühlt. Ja, aber dabei gucken dir ja alle zu. Also wenn Luca dir Fragen stellt über Allgemeinwissen, du sagst so irgendwas Randomistiges wieder. Was halt nicht die richtige Antwort ist. Du wirkst dann so schambefreit. Gibt es irgendwas, wo du sagst, im Internet oder überhaupt im Leben sagst, boah, dafür schäme ich mich schon ein bisschen? Ich glaube nicht. Also mich hat man ja schon wirklich in jeder, also in jeder Art meines Lebens hat man mich schon gesehen. Ich glaube, wenn ich so richtig emotional bin und so traurig und mal so richtig ernst traurig, dann fände ich es schon peinlich, wenn es im Internet ist. Ja. Also wenn Leute im Internet heulen. Ja. Sind ich auch unangenehm. Ich kann das nicht. Boah, ich gucke mir das auch gar nicht gerne an. Also ich kann es verstehen, dass man immer ehrlich sein möchte und real, aber wenn ich heule, dann ist das Letztern, was ich denke, ich halte mal kurz die Kamera dahin, sondern ich gucke ganz kurz vielleicht mal in die Innenkamera, boah, wie scheiße sehe ich wieder aus. Aber sich hinzustellen und das zu filmen, da gibt es halt natürlich immer beide Ansichten, weil manche finden es total authentisch und toll, wenn man das macht, aber ich cringe komplett ab. Ich auch, ich kriege mir rollend die Fußnägel hoch. Jetzt bist du ja noch nicht so lange in der Szene, in der Branche unterwegs. Was hast du über das Influencer-Dasein oder das, sagen wir mal, das Influencen gedacht, was überhaupt nicht stimmt? Ich dachte, dass es einfacher ist. Also allein schon so ein Video mal aufzunehmen oder so. Ich weiß noch, ich hatte meine erste Kooperation, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Bis ich da einen gescheiten Satz rausbekommen habe, ohne dass sich meine Stimme Todes-Cringe angehört hat. Weil am Anfang ist man so im Internet so, hi Leute, so ne. Und also das hat so lange gedauert. Und also es steckt echt viel Organisation dahinter, echt viel Planung. Und also ich bin gefühlt ein halber Steuerberater mittlerweile, weil ich mich so mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ich könnte auf einmal so E-Mails beantworten, was ich davor überhaupt gar nicht konnte. Auch ein Grund war, warum ich fast mal aus meiner Ausbildung rausgeschmissen worden bin, weil ich am Ende immer so LG und so geschrieben habe irgendeinen Scheiß. Und du, also was ich so krass finde, du schlüpfst so als Creatorin wirklich in so zehn verschiedene Rollen. Du bist wirklich eine halbe Steuerberaterin. Dann bist du für manche Drehs gefühlt eine halbe Schauspielerin. Dann Unter-Entertainerin. Dann bist du aber auch für Leute, vor allem so in den DMs, eine Freundin, eine Person, die dir immer Tipps gibt. Du bist ein Lebensberater. Das ist echt krass. Ja, ich habe das ja, also ich habe das auch ganz krass. Also, dass wir jetzt dabei gefilmt werden und so, das muss ich immer vergessen, weil ich habe jetzt auch das nie so gewollt. Ja, also ich habe den Podcast angefangen, einfach um damals für meine geplante Agentur irgendwie Kunden zu beweisen, was ich weiß und was ich kann. Und fand das den besten Weg der Ausdrucksform, die ich liefern kann, weil ich war eigentlich voll awkward vor der Kamera immer. Und ich habe das überhaupt nicht gefeiert und ich habe mich super unwohl gefühlt und konnte mir das danach auch nie wieder angucken, kann ich bis heute nicht. Krass. Aber ich höre mir auch keinen Podcast an. Ich weiß immer ganz genau vorher in den Gesprächen, so was kommt raus, was darf drinbleiben, was ist nicht gut für den Gast vielleicht auch, was ist irgendwie too much. Und ja, ich switche in meinem Arbeitsalltag zwischen 20 Rollen hin und her. Ja, also ich finde das schon auch, ja, ich würde fast sagen belastend manchmal. Also ich muss ja auch Chefin sein, Entertainerin, Managerin, auch halbe Steuerberaterin selbstverständlich, Führungskraft, ja, und noch so viel mehr. Also ich finde das ist schon, ich gebe dir da voll recht, also das ist echt etwas, was die Leute, glaube ich, die sehen ja immer nur das, was hinten rauskommt und der Weg dahin ist sehr... Doch anstrengender als... Also ich habe es wirklich total unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Und ich, also es sieht, und ich kann es auch verstehen, weil ich habe es damals auch so gesehen, du machst eine Kamera an und filmst dich mal eben eine Stunde und dann wird es runtergecuttet auf 15 Minuten. Aber die meisten haben ja wahrscheinlich eh einen Cutter. Und dann dachte ich, ja, was ist denn deine Arbeit, 20 Minuten vor die Kamera setzen? Aber da steckt irgendwie so viel mehr hinter, weil beispielsweise, wenn ich mich so sehe und zum Beispiel Kooperation habe, ich will nicht dieses Briefing einfach nur vorlesen, sondern ich will, dass ich so coole Reels habe, weißt du, so, dass es lustig ist, dass es unterhaltsam ist, dass die Leute dann sagen, okay, es ist zwar Werbung, aber die schaue ich mir trotzdem gerne an. Weißt du? Auf jeden Fall. Aber fällt es dir manchmal schwer? Also es muss doch auch Tage geben, wo du dich nicht fühlst oder wo du denkst so, ich bin heute einfach vielleicht mal nicht lustig, weißt du, oder mir fällt nichts ein, weißt du? Nee. Nee? Nee. Weil ich habe das ganz krass. Ich hatte heute so einen Tag tatsächlich. Echt? Ja. Ich fand mich hässlich. Ich habe gerade entdeckt, dass ich eigentlich auch einen Fleck auf dem Bock habe, ja. Ich habe mir halt einen Dutt gemacht, weil ich es irgendwie mit der Zeit heute nicht auf dem Zettel hatte. Und also ich habe heute zum Beispiel gar nicht, so wenig könnte, würde ich die Kameras alle umtreten gerade gerne. Aber mit dir merkt man das null an. Ja, ich kann das gut überspielen. Das ist krass, ja. Ja, das ist so die Disziplin, die dann dahinter steckt. Der dann sagt, ja, bringt ja jetzt nichts. Muss gemacht werden. Ja, es ist, it's a job, ja. Aber ich frage mich das immer bei Menschen, die gerne und viel vor der Kamera sind und damit scheinbar auch kein Problem haben, ob es nicht, auch bei Schauspielern, deren Job das ist, jeden Tag vor der Kamera zu stehen. Es muss doch auch Tage geben, wo man sich denkt, nee, ich gehe heute zum Arzt und hole mir einen gelben Prine. So mäßig. Weißt du? Ja, aber ich habe, dadurch, dass es wirklich ein reines Hobby für mich hier ist und ich sehe mich tatsächlich, also ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann mal damit ausgesorgt habe, I wish, aber ich sehe mich auch ehrlich gesagt, ich kann mich auch wieder in einem normalen Job sehen. Das ist, damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Sodass ich sage, okay, vielleicht mit 35, wenn ich dann irgendwann mal einen Mann oder ein Kind habe, wenn es überhaupt soweit kommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich heirate, nach einem Jahr mich scheinen lasse und dann einfach irgendwo im Ausland doch irgendwo lebe, wenn so mein ganzes Umfeld so ein richtiges Leben hat mit Kindern und Family, dass ich dann irgendwo, keine Ahnung, Mallorca lebe oder so meine eigene Bar eröffne oder so. Cool. Ja, ich würde auf jeden Fall vorbeikommen. Ja, irgendwie sowas. Ohne Kinder. Also, ich fände es auch nicht schlimm, wenn ich wieder einen normalen Job hätte. Das wäre total traurig, weil ich das hier alles super gerne mache. Aber hast du denn in dieser Influencer-Bubble auch schon mal negative Erfahrungen gemacht? Gar nicht so, gar nicht so viel, weil ich mich doch schon recht, dadurch, dass ich Luca als Mentor, kann man das quasi sagen, irgendwie als Vorbild hatte, hat Luca mir schon super viel beigebracht. Der war zum Beispiel, hey Sandra, wenn mich zum Beispiel, als ich am Anfang so berühmt geworden bin, haben mir auch ultra viele Creator auf einmal geschrieben, und am Anfang war ich ja auch nur eine Zuschauerin. Ich war zum Beispiel ein Riesenfan von Dagi Bee. Ich war damals 14, 15 und habe das natürlich alles auch total gefeiert. Aber da meinte Luca zum Beispiel, hey Sandra, du musst nicht immer zu jedem Ja sagen. Du musst, entscheid du. Und er war zum Beispiel, hey, das würde ich vielleicht nicht machen. Und dadurch, dass ich echt so im privaten Umfeld halt nur mit privaten Leuten unterwegs bin und Luca die einzige Person ist, mit der ich viel zu tun habe, die aber auch so ein Creator ist. Und Lukas kenne ich zum Beispiel auch aus der Heimat. Wir waren zusammen auf der gleichen Schule. Deswegen sehe ich den jetzt auch nicht unbedingt als der YouTuber. Deswegen eigentlich, also gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Sind alle, also ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, du warst ja bis vor kurzem, bis vor drei, vier Jahren, selber nur Zuschauerin. und wie war das, dann diese ganzen Menschen zu treffen, wie Dagi Bee und Co. dieser Welt? Waren die alle so, wie du es dir vorgestellt hast? Also, nee. Nee, auf jeden Fall nicht. Ich dachte aber, ich kann die Namen jetzt leider nicht droppen, weil das sehr gemein wäre, aber zum Beispiel, eine Dagi Bee war total freundlich. Die war total nett. Ich glaube, ich war, nee, die ist auch super nett. Die, ich glaube, ich war auf irgendeinem Event vom Management von denen und da habe ich sie das erste Mal gesehen und sie war ultra nett und ultra freundlich. Und, was ich zum Beispiel gar nicht mag, sind Leute, die, man sieht natürlich, wenn Creator in XY mal die auf Instagram geschrieben hat oder sonst irgendwie was oder mal ein Bild geliked hat und die dann vor dir stehen und so tun, als ob die dich nicht kennen. Ich bin nämlich das komplette Gegenteil. Ich gehe dann auf jeden zu, sagst du, hey, hi, du hattest voll das lustige Instagram, TikTok Reel, keine Ahnung, ohne mal nice und ich bin da so das komplette Gegenteil, weil ich halt super offen bin und ich will das halt alle eine gute Zeit haben. Aber es gibt doch schon echt viele, die dann am Anfang so getan haben, so, ah, kenne ich nicht. Da war ich so, das ist mir doch vor einem Monat geschrieben. Ja, ja. Ich meine, das ist ja auch schon eine sehr glitzrige, sehr besondere Welt, sage ich mal, in die man da eintaucht. Ich habe voll das Gefühl, dass du den, also ich empfinde dich so als jemand, der Leuten halt eigentlich alles gönnt. Ja, voll, ja. Und hast du irgendwie schon mal einen Moment gehabt, wo du dachtest, boah, darauf bin ich jetzt schon ein bisschen neidisch? Ich glaube, weißt du noch, als ich, als wir uns das erste Mal getroffen haben, da habe ich ja auch erzählt, dass ich vor allem so Beauty-Marken, ne, habe ich dir erzählt, dass vor allem so Beauty-Marken manchmal zu sehr im eigenen Schema bleiben. Ja. Wie zum Beispiel, natürlich, ich bin jetzt nicht das Ideal-Hübsche, würde ich sagen, dass so, oder auch nicht die, die Figur dafür, weißt du, was ich meine? Dass man, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass gewisse, so Beauty-Marken immer mit dem gleichen Standard an Frau arbeiten und das finde ich irgendwie total schade, weil ich denke, ich schminke mich auch total gerne, ich zeige es auch total, du sagst es auch voll gut, um ehrlich zu sein. Ich zeige das auch total gerne, aber irgendwie, so kommen die Marken dann nicht so, also, und ich bin jetzt auch keine Person, die dann den tausend Texte schreiben möchte, dass ich gerne mal eine Kooperation mit euch hätte, aber das ist schon, äh, echt krass, wie, so, ich überhaupt fast gar nichts mit Beauty-Themen. So, überhaupt gar nichts. Interessant, weil ich hätte schon gedacht, weil ich sehe ja deine, also du machst ja schon Schmink-Content in dem Sinne, dass da vielleicht schon mal der ein oder andere auf dich zugekommen ist. Als Erster war Manhattan und mit denen arbeite ich auch immer noch zusammen und, äh, den habe ich auch, ich glaube, vor einem Jahr auf dem Event gesagt, ich so, boah, ich finde das so cool, dass ihr mit mir zusammenarbeitet, weil es sonst nie jemand, also, klar, ich habe halt Amazon, was alles ultra cool ist, aber ich bin halt irgendwie trotzdem noch eine Frau, die sich ultra gern die Haare glättet, die ultra gern sich die Haare stylt und alles, aber irgendwie sind Firmen da, also habe ich das Gefühl, total verschlossen und sind dann so, ich glaube, die Sander, die ist ein Ticken zu asozial. Ich rauche ja auch im Podcast, meine Eikos wie ein Schwein, ich trinke ja auch, also eigentlich bin ich so ein übelster Student, würde ich sagen, ich lebe das komplette Studenten-Lifestyle und bin eigentlich so ehrlich, wie es geht mit den Leuten und ich meine, man sagt ja überall, ey, sei bitte so wie du bist, bla 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 und dann bin ich so authentisch und dann wird es halt irgendwie doch nicht so gern gesehen. Na klar, also für Dior, Gellin und Bin ich der reinste Albtraum, ja. Ist so, ich kann es ein bisschen verstehen, natürlich, weil ich jetzt nicht so brand safe bin. Genau, ich wollte es ja gerade sagen. Ja, aber ich wünsche, dass es, vielleicht ist es irgendwann mal in Zukunft so, dass die Leute ein bisschen offener sind. Soll ich dir was erzählen? Ich hatte gestern, das ist jetzt ein bisschen ein Spoiler für, ich hoffe, es klappt, aber das ist vielleicht auch ein geiler Teaser jetzt mal an dieser Stelle. Ich hatte gestern einen Prep Call mit einem Podcast Gast, der wahrscheinlich im Sommer kommt, also im August und kennst du Cedric Lorenzen, den Typen, der oben ohne kocht? Ja. Und dann auch so, kennst du den? Ja. Mit dem hatte ich gestern einen Call, weil ich habe ihn angefragt, ich habe gesehen, er macht jetzt LinkedIn und da habe ich mir gedacht, stopp, 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 der hat Bock auf Business Talk, ja, jetzt catch ich mir den und der ist auch ganz süß und er verdient aber auch relativ wenig Geld, weil er ist eben auch genau das, er ist nicht brand safe. Der rubbelt an der Orange rum und spuckt in den Teig und knetet ihn, ja, also das ist schon... Geil, dass du aber eine Podcast-Folge mit dem aufnimmst. Hältst du gut? Unnormal. Weißt du, was meine Idee ist? Was? Ich fahre zudem nach Zürich und wir kochen zusammen und dabei... Das ist geil. Also er muss eigentlich T-Shirt dabei tragen, weil sonst ist es zu krass, glaube ich. Weil ich finde, dass ihn zum Beispiel übelst interessant, weil wie bist du auf diese Idee gekommen, dieses Kochen so sexual zu machen? Das ist ja also, da wieder so, manchmal ein Teigpack sieht so aus, als ob der gerade eine Frau fingert. Ja, genau. Ist so. Das ist so krass. Ja, ich habe das gestern unserer Buchhalterin erzählt, die war auch Feuer und Flamme und ich habe es dann wiederum gestern beim Dinner Niklas und David erzählt, die haben den noch nie gesehen. Also die wussten gar nicht, wer das ist und da wurde die Zielgruppe sehr deutlich auf einmal. Also Frauen wird es schon dann doch deutlich eher ausgespielt und dann dachte ich mir aber, hey, er braucht doch eine Jahreskompatition mit so einem Messerhersteller oder so was wie WMF oder so und die Marken müssen da auch lernen, ein bisschen aus sich herauszukommen. Natürlich, das sind große Konzerne, die sehr viel Wert auf diesen Brands Safety-Faktor legen. Aber wie cool und out of the box wäre das mit so jemandem, mal eine richtig coole Kooperation zu machen. Und das Gleiche gilt ja dann im weitesten Sinne auch für dich. Was ich zum Beispiel ganz cool fand, ist jetzt nicht Paradebeispiel, Wendler und Kaufland mit dem Song, was eigentlich eine super Idee war, aber der halt so unnormal reingeschissen hat. Naja, aber zwölf Stunden später, nachdem diese Kampagne rauskam. Also wirklich direkt reingeschissen hat. das war so krass. Das war richtig krass. Das war, also wirklich, so und was ich so geil fand, so die Kommentare waren so, boah, eigentlich eine geile Marketingaktion für den Wendler und das erste Mal fand ich den Wendler auch ganz cool. So weißt du, so. Was macht der eigentlich? Keine Ahnung. Gibt's den noch? Keine Ahnung. Ich hab die Freundin nicht mehr gesehen und ihn auch nicht mehr. Die war auch 18 oder so. Aber ultra hübsch. Mega hübsch. Ultra hübsch. Und hast du die Playboy-Bilder gesehen? Ja, geisteskrank. Heftig, einfach heftig. Ja gut, muss ich mal recherchieren, was macht der Wendler eigentlich? Was ist das, würdest du sagen, das Schwerste an deinem Job? Jetzt nicht unbedingt Cutten von Videos oder so, es ist vielleicht auch das mental auszuhalten. Was ich jetzt gelernt hab, ist das erste Mal, ich war jetzt das erste Mal Skifahren vor einem Monat und da war das erste Mal, dass mein Kopf komplett frei war. Ah, okay. Ich hab wirklich mich 100% auf diesen Sport fokussiert und ich war ultra schlecht drin, aber ich hatte so Ehrgeiz, weil man sieht die ganzen Videos, wie krass viel Spaß die Leute beim Skifahren haben und ich stell es mir auch so geil vor, weil es genau meine Welt ist. Also man macht eine Mittagspause, man trinkt zwei, drei Aporol, dann fährt man weiter und danach abrichtet. Das ist genau meine Welt, ich weiß es, aber ich bin halt ultra schlecht da drin, aber das war das erste Mal, dass ich nicht daran gedacht habe, boah, komm, ich nehm das mal für eine Story mit oder so. Überhaupt nicht. Das war das erste Mal seit, glaube ich, so den dreieinhalb Jahren, dass mein Kopf richtig frei war. Also schon das Schwerste ist Abstand zu nehmen vom Internet. Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich selber super gerne TikTok schaue und natürlich guckst du dann, oh, das kannst du eigentlich auch mal machen, so ein Video. Ist doch eigentlich ganz geil. So, weißt du? Ja. Dadurch arbeitet dein Kopf halt die ganze Zeit mit und ist halt trotzdem irgendwo im Arbeitsmodus, obwohl man das gar nicht, also die Leute bekommen das ja gar nicht so mit, aber das ist irgendwie trotzdem Arbeit, wenn du dir TikToks reinziehst und sagst so, ah ja, stimmt, komm, ich speichere mir das nochmal, ah, dann schreibe ich mir nochmal kurz runter, so viele, wie könnte ich das zum Beispiel machen oder so und naja, kreativ bleiben. obwohl du eigentlich nur um 23.30 Uhr im Bett liegst und schlafen willst, aber dein Kopf arbeitet trotzdem weiter. Jetzt hast du ja doch in den letzten Jahren einen fetten Spotify-Deal und du machst Kooperationen auf Social Media und so weiter. Das heißt, du hast mit Sicherheit jetzt mehr Geld verdient als in deinem Büro Ausbildungsjob. Ja. Wofür gibst du das aus? Am meisten glaube ich für Immobilien. Ja? Ja. Tell me more. Ich, also, ich bin jetzt so seit einem halben Jahr habe ich mir, wie heißt denn der Instagram-Account nochmal, dass Frauen investieren sollen. Wie heißt denn der nochmal? Gibt's viele. Die haben, die haben auch, du hattest glaube ich auch mal eine Podcast-Folge, weil ich höre ja auch deinen Podcast privat und du hattest auch eine Podcast-Folge mit der, glaube ich, mit der Chef, keine Ahnung, auf jeden Fall Finanzheldinnen. Ja, Finanzheldinnen. Genau. Richtig. Also, die Sache ist für mich, privat brauche ich nicht viel Geld. Klar, ab und zu kaufe ich mir mal eine geile Tasche, weil ich irgendwie auch eine teure Schminke. Ja, weil ich ein Konsumopfer bin. Ganz klar. Aber tatsächlich, das meiste Geld geht auf Immobilien, die ich kaufe. Und wie viele hast du jetzt? Jetzt? Digga, ich hab noch keine. Ich hab, also meine allererste war eine ganz kleine Wohnung. Dann hab ich quasi als zweites ein Haus für meine Mutter gekauft. Cool. Jetzt lass ich auf dem Grundstück noch ein Haus bauen mit zwei Wohnungen und gegenüber das Haus ist auch frei geworden. Das kauf ich jetzt auch und da lass ich meine große Schwester einziehen und vorne ist quasi noch eine Wohnung, da zieht meine Oma ein. Och Mann, wie schön. Ich bin halt der heftigste Family-Mensch. Ja. Und, ähm, ja, also die zahlen natürlich trotzdem Miete, ne? Wollte grad sagen. Du wirst ja eigentlich da umsonst wo. Ähm, aber ja, also ich, ich weiß nicht, ich brauch irgendwie was Festes, was ich haben kann. Ja, I got you, aber du hast grad gesagt, du hast nicht mal, also du hast nicht Abi gemacht und ich finde zum Beispiel sowas wie einen Immobilienkauf. Also erstens ist das schon eine heftige Entscheidung. Zweitens bezahlt man die nicht aus der Portokasse mehr in Deutschland. Ja. Und drittens, wo kommt das Wissen dazu her? Also hilft dir da jemand oder fuchst du dich dann selber rein und hörst dann einen Podcast und denkst dir so, scheiße, ich mach das jetzt. Ich weiß nicht, also ich, ich glaub, das allererste, was ich gekauft habe, da, ähm, war ich wirklich auf Immobilienscout und dachte einfach, ja, die Wohnung ist ganz süß, gute Lage, ich ruf dir einfach mal an und ich kann, also ich kann überhaupt nicht professionell reden, das geht gar nicht, ne, also ich bin dann so, ja, hi, moin, darf ich mir mal die Wohnung anschauen? Der so, ja, wer sind sie denn? Ich so, ja, Sandra, ist auf die Urlaub, bla bla bla, ne? Und dann hab ich mir die vor Ort angeschaut und ich fand die so süß und so toll und, äh, dann hab ich meinen Steuerberater angerufen und hab gesagt, glaubst du, ich kann mir das leisten? und er meinte so, ja, wär vielleicht mal ne gute Anlage, Sandra? Meinst du, ja, du hast recht und dann, äh, haben wir uns quasi, hab ich noch versucht, ein bisschen zu verhandeln, aber auch ganz schlecht und, ähm, war dann beim Notar und ich hatte keine Ahnung, was man beim Notar macht, saß da einfach und der hat mir dieses, äh, den Kaufvertrag vorgelegt, so, 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 und der fängt an, das vorzulesen und fragt, wenn du Fragen hast, frag. Und ich habe nicht mitbekommen, wann er angefangen hat zu lesen und ich stand zehn Minuten und habe ich den einfach nur angeschaut, was erzählt der mir da? Und der so, können Sie mal bitte mitlesen? Und ich so, wie, wir starten schon? Und dann mussten wir nochmal von neu anfangen. Also, dadurch, dass in meiner Familie nie jemand so quasi das nötige Kleingeld übrig hatte, sich mal eine Immobilie zu kaufen, ähm, war ich eigentlich so mit die Erste, die dann gesagt hat, okay, ich mache es jetzt einfach, weil man das irgendwie immer schon gehört hat, so. Also ich finde das gerade voll motivierend. Ich habe nicht mal den Arsch in der Hose gehabt dafür bisher, ja, es ist immer wieder ange, ich habe mir immer mal wieder was angeguckt und habe dann aber am Ende mich doch nicht getraut, weil ich da so viel Respekt vor und mittlerweile bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob ich in Deutschland was kaufen will, habe aber letztens erfahren, dass ich in Deutschland was kaufen müsste, damit ich überhaupt im Ausland was finanzieren kann, bla 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 bla, ja, also ich beschäftige mich ja schon sehr, sehr viel damit, ähm, aber einfach anzurufen, hinzugehen und dann einen Steuerberater anzurufen, finde ich schon. Luca meinte auch, ich meinte, ja, ich habe eine Wohnung gekauft, der so, was? Der so, du hast mich nicht gefragt, du hast mich nicht am Rat gefragt? Meinst du, nee, ich habe es einfach gemacht? Ich weiß, also manchmal bin ich so ein bisschen YOLO, auch, aber vielleicht liegt da die Magic drin und ich bin nicht YOLO genug, verstehst du? Ich mache mir zu viel Gedanken, Farina ist ja zum Beispiel auch richtig YOLO, die ist beim Steuerberater übrigens immer, oder beim Notar sie immer am Handy, so unterm Tisch heimlich, das ist ja eigentlich nicht erlaubt, ja, aber ich gebe dann immer so Deckung mit meinem Körper, ich versuche sie dann immer zu verdecken. Ich denke mir manchmal einfach, ey, scheiß drauf, mach es einfach, also du kannst nicht, du kannst nicht verlieren, am Ende hast du eine Wohnung, wo du irgendwie ein Rass mit reinsetzt. Sander, das war ein super Move von dir, gar keine Frage. Ich wünschte, ich hätte diese Wohnung gekauft, die ich mir in meinem Laden geguckt habe und nicht gekauft habe. So dumm. Ich habe mir halt immer überlegt, ich so, boah, also was habe ich an Miete, wenn ich das alles zusammenrechne, im Alter, wenn es so bleibt, kann ich davon leben und mein, also ich will irgendwann mal so 5.000 bis 6.000 Euro quasi netto haben, im Alter, das wäre mein absoluter Traum, dass ich so viel irgendwann 5.000, 6.000 Euro miete, davon zu leben im Monat, ist geisteskrank im Alter, du brauchst ja nicht mehr mehr. Und das wäre mein Traum und bis dahin muss ich noch viel arbeiten. Ja, ist aber auch voll die vernünftige Summe, finde ich. Also es ist natürlich ultra viel Geld, aber wenn man sich das so zum Ziel setzt, kann man eben die Zeit, die man dann hat oder die Zeit, die man dann endlich mal hat, auch so genießen wie jetzt. Eigentlich sollte man jetzt den Lebensstand halb so hochhalten, wie im Alter, wo man dann wirklich irgendwie auch... Ich kann es aber auch verstehen, wenn man es nicht macht. Ich kann es auch verstehen. Ich mache es ja auch nicht. Alex zum Beispiel, kennen wir auch beide. Ja klar, Maria Peter. Genau, ich habe ihr schon tausendmal, ich habe tausendmal mit ihr Diskussionen. Ich so, du bist so ein Scheiß-Materialist, Alex, wenn du das siehst, du weißt es ganz genau. Du weißt es ganz genau. verkauf den ganzen Scheiß, Alter, du brauchst gar nichts und kauf dir deine erste Wohnung. Alex. Dann verkauft ihr aber wirklich immer alles, aber hat ja trotzdem Geld verloren, manchmal. Da hat sie so einen Anflug, dann sagt sie so, ich verkaufe das, diese Rolex da oder was sie da immer hat, alles. So geisteskrank das Mädchen. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, weil welcher, also von welcher Frau ist es nicht der Traum, einen Kleiderschrank zu haben wie bei Sex in the City? Den hätte ich auch ohnermal gerne mit tausend Taschen. Safe, aber ich habe mir zum Beispiel meine erste Tasche, war eine Gucci-Tasche und die sieht aus wie scheiße, weil ich die zum Feiern runtergerockt habe. Ey, die kannst du wirklich keine mehr zeigen. So versifft ist die und deswegen dachte ich, ich brauche also, ich brauche einfach nur noch Sachen, die ich als normalen Gebrauchsschrank Gegenstand benutzen darf und nicht noch extra einen Stuhl daneben habe, weil in solche Läden gehe ich nicht, sondern ich gehe halt in eine Kneipe und dann kann es sein, dass da vier, fünf Wodka-Schatz drüber kippen. Voll interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass du so ein Immobilien-High bist. Ich will auch einer sein, verdammt. Ich nehme das jetzt, es ist mein Zeichen, auf das ich gewartet habe vielleicht so ein bisschen. Mach's also, es ist so random, also gerade, natürlich sind die Zinsen sehr hoch, ne, ich expere jetzt hier, aber, ähm, ich denke mir halt irgendwie, du musst es halt so ausrechnen, dass es mit der Miete, die du einnimmst, irgendwie übereinstimmt, so, ne. auch mir da irgendwas selber konstruiert, kann sein, dass ich in zehn Jahren im Knast sitze, Leute. Dann kommen wir dich besuchen. Ähm, beim Influencen, also letztendlich, oder bei dem, was du machst, im Internet, geht's ja eigentlich, oder ist wahrscheinlich auch dein Ziel, so wie wir, glaube ich, dich jetzt alle so ein bisschen kennengelernt haben, eigentlich Menschen positiv zu beeinflussen. Ja. Oder denen einfach eine gute Zeit zu schenken, ja. Wann hast du vielleicht das Internet den Menschen um dich herum, Luca, wie noch immer, negativ beeinflusst? Ich glaube einfach, ja, dieses ganze Alkohol-Story-Ding und so, ist, glaube ich, auch nicht ganz so positiv. Vor allem, als ich auf Tour gesehen habe, dass da einfach so ein Zehnjähriger reinhört und dachte, oh so, warum bin ich jetzt gelandet? Ja, ich weiß, das ist natürlich immer das umstrittene Thema, safe. Aber, ja, ich denke mir halt, so, ich will so ehrlich und so krass aus meinem Leben erzählen und so ist es halt einfach und ich denke mir halt immer, die Eltern sind in der eigenen Verantwortung zu schauen, was dein Kind schaut. Mhm. Also, so denke ich mir das. Also, wenn ich später mal ein Kind haben sollte, will ich, werde ich wahrscheinlich mit neun auch noch kurz reinhören, in welchen Podcast mein Kind reinschaut. So, weißt du? Und, ja, man kann es irgendwie auf beiden Seiten sehen, irgendwie, ne? Naja, also guck mal, ich bin ja auch nicht unbedingt für den, also, wie drücke ich das jetzt richtig aus? Ich weiß, was du meinst, ja? Ja, also, ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit, was auch die Vergangenheit, meine Internetvergangenheit angeht, ja? Also, ich war ja dafür bekannt, dass ich gefühlt pro Stunde mindestens eine Kippe geraucht habe. Farina hat es ja immer richtig bei mir auch outgepointet und ins Internet gestellt. Ich trinke ja auch gerne, ja, das weiß eigentlich auch jeder und ich habe echt angefangen, das aber zu überdenken und mache jetzt immer so ein Disclaimer rein. Also, das ist jetzt so mein, ich versuche es so genussvoll aussehen zu lassen, wie möglich, weil ich trinke auch nur aus Genuss, ich trinke echt selten Schnaps, vielleicht nur so zwei, dreimal im Jahr. Ich weiß noch, wo wir da in der Nacht noch bei dem Wodka-Schatz werden, das eingesteckt haben. Scheiße, das ist jetzt natürlich konträr zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber jetzt müsst ihr uns jetzt einfach mal glauben, dass wir eigentlich schon... Also ja, Genuss trinken bin ich jetzt auch nicht so ganz, aber zum Beispiel, ich habe mir zum Beispiel, also ich würde mir nie alleine ein Bier öffnen, beispielsweise. Nee, das würde ich... Doch, würde ich schon machen. Ich weiß nicht, bei mir ist Alkohol halt wirklich ein total, also gesellschaftliches Ding. Also nicht zu Hause, jetzt so auf der Couch, oh, wir haben Dienstagabend, ich gucke jetzt Netflix und mache mir ein Bier auf, so nicht. Aber so am Strand, wenn die Sonne untergeht und es gerade zufällig keiner da, den ich kenne, dann würde ich es schon machen. Ja, das schon, aber so sich an so einem, zum Beispiel heute Abend, ja, wir sind auf einer Premiere, vielleicht nimmt man dann doch was, aber... Wirst du was trinken? Hä? Wirst du also... Ja, ich denke schon. Okay. Ja, ich hatte es mir nicht vorgenommen heute. Aber so zum Beispiel an so einem Montagabend, wenn du so random, würde ich mir niemals ein Bier öffnen oder niemals mir eine Mische oder so machen. Ich bin halt wirklich... Bekommst du denn viel Hate? Von meiner Kommi? Für sowas jetzt, weiß ich, wahrscheinlich schon ab und an mal ein Kommi? von meinen Zuschauern nicht, aber von zum Beispiel Leuten, die YouTube-Videos über mich machen. Sascha zum Beispiel, die sagt dann auch, was ich auch irgendwie verstehen kann und ich sehe ihre Sichtweise, dass sie sagt, hey, so, man sollte Alkohol halt nicht verherrlichen, nennt man das so. und damit hat sie ja 100% recht und ich verstehe das auch und deswegen sehe ich es halt nicht als Hate, sondern ich sehe es als berechtigte Kritik, aber dann ist wieder mein Zwiespalt, boah, verstecke ich mich jetzt und erzähle gar nichts mehr aus meinem Leben? Also, mein Leben besteht nicht nur aus Alkohol, klar, aber so, meine lustigsten Storys halt irgendwie schon und so, dann ist es so, verstelle ich mich zu, also, also, aber das Thema habe ich gefühlt jede Woche, so, weißt du? Zum Beispiel bei Lukas ja auch momentan auf dem gesündesten Trip Deutschlands und ist dann auch so, boah, du übertreibst immer, Sander. Dann meinte ich so, nee, aber das ist halt mein Leben. Ich lebe halt aktuell das heftigste Studenten-Life noch und vielleicht ist es mit, wenn ich irgendwann auf die 30 zugehe, dann anders, aber... Also, du darfst ja auch deine Meinung ändern. Also, wenn du nächste Woche darüber anders denkst, dann ist das ja ein Zeichen von Reflexion und Intelligenz und nicht von Sprunghaftigkeit und Unauthentizität, sage ich mal. Das fände ich schon in Ordnung. Wann hast du das letzte Mal deinen neu gewonnenen Fame richtig ausgenutzt? Außer in der Kaffee-Burschlange. Die Sache ist, bei mir im Dorf funktioniert es halt einfach nicht, weil wir da gefühlt eine Pizzeria haben und so, da geht es halt gar nicht, aber wo habe ich es denn mal so richtig ausgenutzt? Ich glaube, so großartig noch gar nicht. Schade auch, warum nicht? Ja. Aber eigentlich nie. Ich versuche die Frage gerade für mich selber auch zu beantworten, um ehrlich zu sein. Noch nie. Ich glaube, ich habe noch nie einer Brand, außer Aldi, habe ich direkt geschrieben, weil Aldi mein Lieblingssupermarkt ist und Aldi habe ich geschrieben, warum willst du keine Kooperation mit mir und dann haben wir halt auch lustig mit mir geschrieben. eine DM bei Insta? Hey Aldi? Ja, Hey Aldi. Hast du, warum haben wir keine Lust mit mir? Weil ich super viel im Podcast über Aldi gesprochen habe, da war das einzige Mal, dass ich mich beschwert habe. Ich weiß, wann ich es ausgenutzt habe. Gestern habe ich der Lufthansa geschrieben. Nee, gar nicht. Ich habe eine Story gepostet. Ich war in, ich saß im Flieger und du hast ja dann diesen Bordcomputer und da ist ja so ein Entertainment System und keine Ahnung, es war so ein Tagsüberflug und es gab kein Internet und dann war mir langweilig und dann habe ich mir alles angeguckt, was es da so gibt. Ich dachte so, was sind das denn für Spiele? Sind da so Kinderspiele, können die so Doku machen und so. Und da waren Podcasts, so da sind auch nur 20 Podcasts in der Mediathek bei der Lufthansa und Philipp mit dem OMR Podcast ist da drin und ich nicht. Da war ich sauer. Da dachte ich, Moment, 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 Moment. Also da gehört doch jetzt mal, da gehören doch mal drei Folgen wegen der Business rein. Ja, und dann habe ich so eine Story gemacht von wegen, hey, liebe Lufthansa, euch fehlt noch ein richtig cooler Podcast, unterhaltsam und informativ in der Mediathek. Haben die geantwortet? Ja. Boah, geil. Ja, okay. Die so, darin können wir arbeiten, Zwinker-Smiley. Das ist schon ein Flex, ne? Total. Also ich werde hart flexen, weil ich habe mir immer, ich habe so ganz random Ziele immer gehabt, wie ich wollte unbedingt mal aufs Cover von dem Deutsche Bahn Magazin. Das gibt es nicht mehr, das wurde abgeschafft, das ist einfach verschwunden aus dem Zug. Krass. Nächstes Ziel wird Alverde Magazin. Kennst du das Alverde Magazin? Was in jedem DM? Ja, klar. So fände ich auch mal geil, so ein Cover zu machen. Und das gleiche habe ich gestern irgendwie auch mit Niklas und David besprochen. Und die waren auch so Alverde Magazin, das wäre geil. Also eigentlich wollen alle aktuell, also viele, die ich kenne, wollen mal aufs Alverde Magazin. Krass. Hast du auch so einen ungewöhnlichen, würden Leute sagen, ich würde auch voll gern mal in der Lufthansa diese Ansprache machen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf der Boeing 737. Aber du hast auch eine gute Reporterstimme? Ja, ich würde das voll ownen. Ich würde richtig krass sprechen. Ich bin gerade überlegen, was habe ich denn so für Ziele? Ich bringe jetzt im Juli Schlafanzüge raus. Ja, geil. Und das ist so mein Leben, weil ich gefühlt in Schlafanzügen lebe. Und Luca und ich haben uns letztens so auch im Podcast mal die Frage gestellt, so welches Produkt würde super gut zu einem passen. Du wolltest doch einen Kiosk aufmachen. Ja, das hat leider aber nicht geklappt, weil quasi, es gibt so komische Regeln in Köln, wenn schräg gegenüber einer ist, darfst du es nicht aufmachen, was weiß ich. Es hat da gar nicht geklappt. Da sind auch überall welche, das ist auch immer schräg gegenüber irgendwas. Ja, das war mein allergrößter Traum, einen Kiosk aufzumachen. Das hätte ich auch viel bei dir gesehen. Dann wollte ich bei mir in der Heimat eine eigene Bar aufmachen, aber das hat, ist einfach, ich habe zu wenig Zeit. Also im Endeffekt bin ich, glaube ich, auch ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich sonst mein großes Hobby, so dieses Influenzen quasi, verlieren würde, weil das schon heftig viel Arbeit ist. Also ich habe mich mal auch mit einem Kioskbesitzer so zusammengesetzt und er meinte, wenn die Leute wegspringen, dann musst du da wirklich arbeiten. Und dann meinte ich so, ja, klar, mach ich. Und dann meinte Nina auch so, wirst du nicht machen, Sandra. Und ja, es ist so, man, ich hätte gerne trotzdem meine eigene Bar irgendwie, das wäre auch noch so ein Riesentraum von mir. Kiosk natürlich irgendwie auch, weil ich das irgendwie am einfachsten jetzt fand, als eine eigene Bar. Aber ja, vielleicht irgendwann. Also ich sehe das, ich sehe aber auch vor den Kiosk nach wie vor, ich kann das noch nicht, ich kann das noch nicht loslassen, die Idee, dass das klappt. Wenn du jetzt, also du bist ja schon, euer Podcast heißt Dick und Doof. und damit wirst du ja, oder auch mit dem, wie Luca dich Dinge fragt, auf die du offensichtlich wahrscheinlich die falsche Antwort gibst, landest du ja immer automatisch in so einer Schublade der dicken Doofen. Stört dich das manchmal? Nö. Gar nicht? Gar nicht, weil, ich weiß nicht, ob ich so zu krass im Reinen mit mir bin. oder, oder, also die Meinung anderer interessiert, also ich verstehe sie, ich akzeptiere sie und ich glaube, ich habe mich noch nie gegenüber einem Hate-Kommentar scheiße verhalten. Ich dulde gefühlt alles, weil ich aber auch einfach weiß, dass das nicht real ist. Mhm. Weil ich einfach mich selber immer frage, ich habe noch nie einen Hate-Kommentar geschrieben, ich habe noch nie, wenn mir etwas nicht gefallen hat, geschrieben, hey, es gefällt mir nicht. Ich habe auch noch nie geschrieben, wenn mir ein Artikel super gut gefallen hat, habe ich mir, habe ich auch noch nie geschrieben, hey, es hat mir super gut gefallen. Sondern das Einzige, was ich mache, ist bei Leuten, die ich in echt kenne, Bilder zu kommentieren, so hey, Hammer, Hammerbild oder so, weißt du? Aber das ist für mich einfach überhaupt keine reale Welt. Und, äh, mir wurde noch nie persönlich ins Gesicht gesagt, boah, du bist so dumm, Sandra. Okay, aber aus geht von Luca jetzt. An der Stelle kannst du einmal auch glänzen bei der Frage, worüber könntest du aus dem Stickreif eine Präsentation jetzt halten, ohne Vorbereitung, zu welchem Thema, egal was? Currywurst, glaube ich. Currywurst? Ja, ich glaube, also, ich bin auch, das ist auch total scheiße irgendwie, ich hab irgendwie so keine richtig heftigen Interessen. Weißt du? Irgendwie so, Luca meint auch so, hast du keine Ambitionen, irgendwie nochmal irgendwo besser zu werden? Nee. Ich will auf jeden Fall nochmal mehr Sport machen, hab ich mir für dieses Jahr vorgenommen. Das ziehe ich auch aktuell ganz gut durch und auch mal ein bisschen mehr auf die Ernährung achten, weil ich in Köln auf jeden Fall nochmal krasse aufgegangen bin, ist mir auch auf jeden Fall in Bielefeld nochmal bewusster geworden und ja, das ist auch noch so ein Ding, aber sonst bin ich echt ein Ticken zu sehr am Reinen mit mir, glaube ich. Und gibt es irgendwas, was die Menschen da draußen über dich denken, was gar nicht stimmt? Ich bin zwar so allgemeinwissend total dumm, das ist so, ich interessiere mich dafür auch leider gar nicht, aber ich kann total gut mit Menschen umgehen. Emotional. Emotional. Emotional bin ich, glaube ich, eine reine Bombe, wirklich. Weil ich mich so gut in so viele Situationen einfügen kann und auch in Situationen, wo die Person jetzt auch mal Scheiße gebaut hat, kann ich mich so gut hineinversetzen in so viele verschiedene Gefühlslagen. Ich glaube, das ist so meine Stärke, die ich gut kann. Also bin ich vielleicht doch nicht ganz so dumm. Ja. Eine andere Stärke, finde ich, ist dein Selbstbewusstsein. Also das ist auch unter anderem der Grund, warum ich dich hier unbedingt in den Podcast wollte, weil du bist meine Self-Love und Selbstbewusstseins-Queen. Ja, also mir gibt es voll viel Energie, wenn ich das angucke und auch irgendwie ein richtig gutes Gefühl. Hast du Tipps für äußeres Selbstvertrauen? Ich glaube, und das ist leider, das kann man leider nicht so krass beeinflussen, ich glaube, dein Umfeld muss dafür stimmen, wirklich. Also natürlich kannst du dir jeden Tag selber ins Gesicht sagen, boah, ich bin die Geilste, ich bin die Coolste, aber ich glaube, das funktioniert so kurzfristig, so wenn ich mal einen aufgeregten Moment habe, stehe ich auch vorm Spiegel, ich bin die Geilste, Sandra, komm, du schaffst das und so. Dann funktioniert das kurzfristig, aber ich glaube, auf lange Sicht hat das auch viel mit deinem Umfeld zu tun, leider. weil ich bin zum Beispiel echt geborgen quasi aufgewachsen, also ich hatte zum Beispiel nie eine große Vaterrolle, aber dadurch war meine Mutter die krasseste Frau, also wir sind insgesamt fünf Kinder, vier Mädels und die hat alles gehandelt und das ist so krass und das ist auch, was ich nochmal so krasser finde, ist, wir sind alle irgendwie aufs Gymnasium gegangen und meine Mom beherrscht die Sprache selber nicht mal und hat gefühlt alles so für uns getan und deswegen bin ich da quasi, habe ich das auch auf jeden Fall von ihr mitgenommen, dass man egal, in welcher Lage man gerade ist, so man es irgendwie trotzdem zum Besseren machen kann und ich hatte halt einfach immer gute Freunde und so und meine Freunde, die ich so seit der fünften Klasse habe, seit der vierten, die sind auch immer noch meine besten Freunde und wir supporten uns gegenseitig und das ist halt leider so ein Ding und deswegen werde ich auch so oft gefragt, warum ich so selbstbewusst bin, das liegt wirklich allein an meinem Umfeld, wenn ich mich bewege. Also ein stabiles Umfeld und vielleicht damit auch ein bisschen selektiver und picky sein. Auf jeden Fall. Nicht so Fake-Friends mäßig, sondern wirklich schauen. Ich verstehe mich wirklich, ich verstehe mich mit 100 Leuten gut, muss ich sagen, aber die Leute, die wirklich so echt private Dinge über mich wissen, die kann ich an der Hand abzählen, ehrlich gesagt. Finde ich voll krass, weil wie alt bist du jetzt? 24. Also ich war mit 24 noch anders drauf, muss ich sagen. Ich finde, das ist auch eine Sache, die hat mit der Stadt zu tun, in der du lebst, in Köln. Also man sagt ja, dass Rheinländer und Kölner so sehr offen, locker und so aufgeschlossen anderen Menschen gegenüber sind, jeden immer sofort in ihren Kreis mit dazu holen, so ganz anders als München und Hamburg zum Beispiel. Stimmt 100 Prozent, aber wir sind auch ein bisschen oberflächlicher und jetzt nicht oberflächlich im Sinne von Schönheit oder so, gar nicht. In Köln sind eigentlich alle gammlig, so wie die Stadt auch ist und du kannst so voll du selber sein in jeder Facette, wie du sein möchtest und es gibt eigentlich keinen Style oder Leute werden auch eigentlich blöd angeguckt, wenn die zu schick sind. Ja, voll. Ich bin da schon immer aufgefallen, so mit, wie ich manchmal war, aber man ist halt innen etwas oberflächlicher gewesen. Also man hat sehr viele Partyfreunde, Freunde, mit denen man nur abends irgendwie rausgegangen ist, Freunde, mit denen man ganz bestimmte Dinge gemacht hat, wie, weiß ich nicht, die eigentlich nur so spaßmäßig erfüllt haben. Einfach Spaßfreunde, ja, es waren wirklich. In Köln hatte ich auch tausend Leute, echt so Spaßfreunde, die ich getroffen habe, um mit den Feiern zu gehen, dann waren wir so eine 15er-Clique und wenn wir uns jetzt sehen, ist auch alles super, aber das beruht auch auf Gegenseitigkeit und das finde ich gut, weil ich eh schon, ich glaube, Leute, die mich kennenlernen, wissen direkt, wo sie bei mir sind, weil ich nicht viele Leute quasi echt nah an mich ranlasse. Ich bin trotzdem zu jedem nett und wir können eine geile Zeit haben zusammen und das checken die Leute, glaube ich, auch relativ schnell und das ist ganz wichtig. Vor allem in Köln wurde es mir irgendwann auch ein Ticken zu viel, weil wenn du dann so irgendwo am Place to be warst, zum Beispiel im Schmitz und dann stehen da und du kennst den halben Laden, denkst du so, boah, kein Bock, zum Beispiel Shady, kennst du ja auch, der liebt es ja, der steht dafür. Er nimmt seinen Bart in der Menge. Genau, das ist seine Energie, die er bekommt, mir raubt es komplett die Energie. Interessant, ja. Ja, ich habe das gemerkt, als ich dann umgezogen bin, ich bin mein Leben lang in Köln gelebt und bin dann praktisch auch so ein bisschen, habe mich selber so da rausgerissen, entwurzelt, also je nachdem, wie pathetisch man das jetzt ausdrücken möchte, aber ich war dann in München und habe mich dann irgendwie selbst beobachtet, bei wem melde ich mich denn eigentlich noch und bei wie viel kann ich mich überhaupt melden und wer ist dann die Prio und wer fällt hinten über. Ja, und da habe ich das... Trastisch zurückgegangen, ne? Ja, bei mir auch, bei mir auch, ja. Komplett. Aber ich mag es auch. Ich mag es auch, ja. Sandra, zu welchem historischen Event würdest du gern mal eine Zeitreise machen? Ich hätte, würde total gerne Diana kennenlernen, die Ex-Frau von Prinz Charles, ne? Oder war es Prinz Charles? Weil ich gerade, ich denke... Nee, es war nicht, Charles. Charles. Ist doch der Alte, oder? Ach, scheiße. Ja, auf jeden Fall die Mutter, die verstorben ist im Auto. Ja, genau. Ich finde diese Frau einfach so geisteskrank cool. Ich hätte, ich würde die so gerne kennenlernen, weil ich die so krass finde irgendwie, dass sie sich als Frau so irgendwie getrennt hat vom... Ja, die war ja immer anders. Also sie war die Erste, die so ausgebrochen ist und anders war und ich fand ihren Style halt richtig geil, ne? Ja, und einfach, die ist einfach mutig und ich liebe Frauen, die mutig sind. Ich liebe das einfach. Auch wenn du am Ende scheiterst, dann ist es so, aber überhaupt den Mut dazu zu haben, den Step zu gehen, schaffen 95% aller Leute nicht. Ja, das stimmt. Allerletzte Frage. Und normalerweise frage ich dann Gäste immer so, ja, was wollt ihr denn als nächstes so beruflich machen? Was kann man an Projekten oder Business-Wise erwarten? Ich habe eine andere Frage für dich. Ah, okay. Was suchst du nachts, wenn ich dich am Kühlschrank erwischen würde? Boah, ganz räudig, ne Beefy oder so. Ja, das beschreibt mich ganz gut. Beefy oder so. So Salami-Steaks finde ich auch geisteskrank lecker. Ja, sowas. Okay, geil. Ja. Cool. Danke, dass du dabei warst. Das war die letzte Frage. Schön. Das war der erste, ich glaube sogar, mein dritter Podcast, nämlich je war woanders. Ja, geil. Das war schön.